Ja, ihr Lieben, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau, heute am 3.8.2023, ist wieder einiges los, will gar nicht so viel verraten. Sicher ist es jetzt nicht in der Absolutheit das wichtigste Thema, dass unsere Mädels hier rausgeflogen sind in der Vorrunde. Ich habe es antizipiert, ich habe es vorweg gesehen, ich habe da keine Glaskugel für gebraucht. Es ist nicht verwunderlich, aber auch das war abzusehen, aber nicht nur darum geht es. Ihr wisst ja und lasst euch dann auch hier wieder überraschen, obwohl ich keinen Überraschungsgast drin habe. Könnt ihr gerne wieder schauen bei VK, Bitshoot, Odyssey oder Rumble und dann vielleicht bis gleich.